. Für mich war es ein Praktischer. Es ist sehr wichtig, dass es viel Zeit ist. Wenn man einen Bus in der Region kommt, dann muss man sich keine Gedanken machen, wenn man auf einen Parkplatz fährt. Aber es ist sehr lang, dass man einen Bus fährt, wenn man zwei, drei Wochen in der Parking und ein Flughafen bezieht. Das ist wesentlich wichtiger. Die Fahrt wurde mobilisiert, wenn der Freund nicht mit dabei ist. Ich bin mit meinen kleinen Kindern. Mein Freund kann die Fahrt benutzen. Das ist auch sehr praktisch. Es ist ein guter Service. Es ist sehr freundlich. Die Fahrt sind sehr gut adaptiert. Das kostet viel weniger Geld. Das kostet viel weniger Geld. Ich werde ein Fahrrad einfach machen. Ich kann mein Fahrrad nicht verlassen. Also habe ich entschieden, für diese Flippko. Das kostet viel weniger Geld. Das kostet viel weniger Geld. Wir sind viel weniger ruhig. Ich hab keine Fahrräder auf dem Fahrrad. Ich bin so alt. Ich bin selbst. Ich habe eine Fahrrad, aber... Es ist 78 oder 75. Es ist die Fahrräder. Es ist auch nicht so alt. Wenn es leern geht, wir sind nicht so alt. Wir haben nicht mehr die Fahrräder. Wir haben einen Fahrrad. Wir haben einen Busse, der ist fantastisch. Es ist gut, man kann sich die Natur sehen. Und dann gibt es die Kinder, die wir alles haben. Es ist sehr schnell. In 1,5 Uhr, wir sind gekommen. Wir sind in den aeroporten. Insofern sind die Autos von Ryanair auf. Das ist sehr praktisch. Wenn wir von vacanzieren und wir wollen, ist sehr gut und sehr praktisch. Der comfort ist sehr gut. Es ist nicht stressig. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, um nach Hahn zu gehen. Ich finde das sehr gut. Ich bin unterwegs, ich bin unterwegs. Ich hoffe, ich bin in den Busen. Ich hoffe, ich bin in den aeroport. Das war der Sp barking. Untertitelung. BR 2018